So kommst du zu mehr Kraft und Lebensenergie. Du fühlst dich besser, hast mehr Elan, du fühlst dich fitter und vitaler. Mein Name ist Johannes Stark, ich arbeite seit sehr vielen Jahren in Unternehmen mit Menschen und es geht darum, Menschen aufzubauen und zu stärken. Und wenn du das auch möchtest, dann abonniere diesen Kanal, denn hier geht es genau darum. Stell dir vor, du bist ein Bär und du bist im Winterschlaf. Was passiert da? Nichts, denn deine Systeme sind komplett reduziert. Du hast sehr wenig Energie, weil du brauchst auch sehr wenig Energie. Und stell dir vor, die allermeisten Menschen leben so das ganze Jahr über. Der Durchschnitt der Menschen, die haben 30% Lebensenergie und zwar das ganze Jahr über. Und 30% Lebensenergie, das brauchen wir fürs Aufstehen, fürs Arbeiten gehen, fürs Essen, fürs Heimfahren, fürs Fernsehen und wieder Schlafen gehen. Und so leben die allermeisten Menschen. Da passieren keine Ideen, da kommen keine Visionen, da entsteht keine Kreativität, da entsteht keine Leidenschaft, da entsteht keine Lebensfreude oder Lebensenergie. Da entsteht nichts von all dem. Und wenn wir das möchten, dann müssen wir unsere Energie anheben. Wir müssen Energie zuführen. Oder wir müssen schauen, wie wir unsere Frequenz erhöhen können. Und Vitamin D3 ist ein absoluter Schlüssel. Die Sonne hat die maximale Energie und die löst in uns die Vitamin D-Produktion an. Das heißt, wir kriegen Vitamin D durch Sonnenlicht. Aber Achtung, nicht genug. Denn wir alle müssten jeden Tag eine halbe Stunde mit nacktem Oberkörper in der karibischen Sonne sitzen. Da hätten wir ja alle nichts dagegen. Aber wohnst du auf der Karibik? Ich nicht. Das heißt, wir müssen eine Möglichkeit finden, dieses Sonnenvitamin zu uns zu nehmen. Und eine sehr gute Möglichkeit ist Vitamin D3 in Kombination mit K2 und dem Mineral Magnesium. Und so erhöht sich unsere Frequenz, unsere Schwingung, unsere Energie steigt. Und du wirst es sehr schnell merken. Und in diesem Video siehst du, welche Wirkung das Vitamin D3 auf deinen Körper hat. Du reagierst sofort. Und genau das wünsche ich dir. Ich wünsche dir ein sanniges Gemüt. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich schon. Fiatri. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.